Gernot Hasknecht löst Ihr Problem. Mein Name ist Gernot Hasknecht und ich löse Ihr Problem. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Halt die Fresse! Hallo SPD, herzlich willkommen zu meinem Ratgeber. Endlich wieder Volkspartei werden in nur zwei Minuten. Es ist kinderleicht. Erstens, lebt mich nie wieder an! Seit Anfang 2011 wusstet Ihr Säcke, dass Sigmar Gabriel nicht Kanzlerkandidat wird. Und trotzdem täuscht Ihr mir kackdreist eine Troika vor. Sehe ich aus wie ein Idiot. Sehe ich aus wie ein Idiot. Ja und, ich hasse es, wenn man mir etwas vortäuscht. Das hat meine Ex-Frau Renate auch immer gesagt. Ach, zweitens. Kauft euch mal ein Lexikon. Opposition. Kommt aus dem Lateinischen. Opposition. Opposition. Entgegensetzen. Entgegensetzen. Kuckuck. Klingelt da was? Ihr müsst der Regierung etwas entgegensetzen. Und nicht wie die Klatschaffen alles abnicken, was die Merkel euch vorsetzt. Holt euch doch gleich ein Autogramm von der Alten. Drittens. Versucht es doch einmal mit. Charme und Zeuglichkeit. Verfluchte Scheiße doch mal. Wenn ihr schon Professor Klugscheiß hier diesen elitären Schlösel, diesen Sockenbücler in Reinen schickt, dann muss der Rest der Truppe umso sympathischer rüberkommen. Ihr habt doch Leute, die das können. Hier. Nein, nicht die. Seid ihr bescheuert? Ich habe gesagt sympathisch. Nein. Oh Gott. Ich denke. Der hat eine Fliege. Sockenbücler spreche ich Chinesisch, volksnah und sympathisch. Weißt du was? Geht kacken. Euch ist nicht zu helfen. Germut Hassknecht löste ihr Problem. Naja, fast.